Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Slither E.O. Beziehungsweise I.O. Und wir starten rein. Leute, ihr feiert das Spiel anscheinend sehr, deswegen habe ich mir gedacht, komm, mach ich mal heute wieder eine Folge. Und heute versuche ich mal irgendwie auf Platz 10 zu kommen, also in die Top 10. Ist die Frage, ob es was wird. Okay, so. Yo, was ist denn hier los, Alter? Oh, lecker, lecker, lecker. Okay, da kam ich aber wirklich nicht mehr raus, Alter, das kommt jetzt. Ja, okay. Okay. Okay, er hat mich hochgenommen. Ja, man sollte auch nicht zu vorellig sein, weil sonst passiert nämlich sowas wie bei mir gerade. Der ist, glaube ich, ein Bot. Ja, ist er. Zack. Den haben wir easy geholt. Also müssen jetzt 10.000 groß sein, das funktioniert doch gar nicht. Hilfe. Das könnte echt schwierig werden. 10.000 groß sein. Wenn ich glaube, man wird nicht Top 10. Sei denn irgendeine Dingensplatz. Dann könnte es möglich sein. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo wir sind. Wir sind gerade hier komplett am A der Welt. Oh, hier sind so dicke Batzen, die mich groß machen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Bam, bam, bam. So. Das schmeckt. Okay, gehen wir zu der. Weiß es nicht. Okay, sie haut ab. Hä, wo gehen denn alle hin? Okay, wir sind. Okay, so. Wir sind jetzt 500 groß, wollte ich sagen. Wo kommt diese blöde Wurst denn jetzt auf einmal her, Alter? Mann. Okay, okay, okay. Gut, ich kam da raus. Das ist gut. Wir müssen irgendwie jetzt hier so Leute killen, aber es funktioniert nicht. Das ist blöd. Boah, warum sind hier so viele? Ey. Dieser blöde. Okay. Ich werde nur Top 5, äh, Top 10, Top 10 werden. Meine Güte. Guck mal her. Boah. Hallo. Hä? Warum hat das nicht funktioniert? Der ist die ganze Zeit immer... Egal. Boah, da wollte ich doch gerade auch hin. Bitte nicht mich einsperren. Ich will nicht ins Gefängnis. Joes, ich hab's geschafft. Okay, wir sind wieder 100 groß. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich war gerade 100 groß und dann kommt auch immer wieder so ein blödes Viech. Okay, wir müssen... Ich muss mich jetzt konzentrieren. So. Okay, komm. Fokus. Ey, das kann doch nicht... Mann, ich bin doch noch extra vorbeigefahren. Oh, nee, geil. Hö. Was war das denn gerade? Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach nochmal zurückgefahren. Okay. Das ist jetzt sehr interessant gerade gewesen. Was auch immer da passiert ist. Der Illuminator. Er macht will nach. Guck mal. Bam, 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 bam. Oh, lecker Essen. Eaten, eaten, eaten. Mein Essen. Oh, fast gestorben an dieser blöden. Oh, noch mehr Essen. Ah. Boah, das war knapp. Das war gerade richtig knapp bei diesem blöden... äh, roten Dingens da. Okay. Jo. Ah. Nein, verpiesel dich. Boah, Bruder. Das war... Das war close, Alter. Das war richtig close. Komm her. Zack. Da ist noch eins. Komm her. Okay, ich komme nicht hinterher. Warte gleich jetzt. Nee, er ist zu weit weg. Boah, hier kann ich richtig viel essen. Oha. Warum heißt er W-A-S-D? Hä? Okay. Der will auf mich gehen. So. Gehen wir mal weg hier. Okay, da ist eine sehr riesige gerade gewesen. Ich verpiesel mich mal hier. Wir sind auch, glaube ich, gerade mitten in der Mitte, oder? Nee, wir sind gerade hier in der Mitte. Wir gehen gerade Richtung Grenze hinzu, aber jetzt gehen wir wieder Richtung Mitte. In der Mitte sind immer sehr viele. Da müssen wir aufpassen. Wir sind auch schon tausend groß. Das ist perfekt. Tatsächlich. Wir wollen aber natürlich trotzdem noch höher kommen. Da wurde jetzt gerade einer kaputt gedingst. Oh. Meins. Okay. So. Boom, Junge. Okay, wir sind tausendfünfhundert groß. Das ist schon mal geil. Boah. Mann, warum wollen die denn jetzt alle auf mich? Ich mache doch gar nichts. Okay, so. Bruder, er denkt auch, er kann mich einsperren. Hä? Hä? Was ist mit dem? Nein! Er hat mich tatsächlich bekommen. Oh, nö. Okay, wir waren auf jeden Fall fast 2000. Gut, jetzt müssen wir auf... Ähm, wir müssen nach unten. Sehe ich gerade. Die nehmen wir mit. So. Aha. Da bist du doch wieder, oder? Ne, das ist ja gar nicht. Ja, es war so dumm. Wie kann man so dumm sein? Moin. Moin. Danke. Okay, wir müssen mal nach hier oben. So. Okay, wir sind jetzt... Ja, jetzt sind wir wieder in der Mitte, so ungefähr. Okay, das könnte jetzt hier ein bisschen blöd werden. Komm her. Hä? Hä, warum fahre ich denn genau auf ihn drauf? Hm. Aha, so. Der ist riesig. Wow. Der ist auch riesig. Bitte hilf mir. Ich bin in Gefahr. Wir essen jetzt die Kölle von dem. Okay, so. Mann. Boah, leck das hier, Alter. Nein, ich will nicht gefangen werden. Ah. Ich will... Mann. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Tilber vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut natürlich auch mal bei meinem WhatsApp-Kanal vorbei, der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst habt. Macht einen Tag. Haut rein und euer Sandu. Ciao. 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 Ciao.